So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder mal Zeit für eine Folge Ramses Review und diesmal was ganz besonderes, denn es war wieder mal eine WWE Großveranstaltung da, der Summer Slam oder wie ich ihn am liebsten nennen würde, der Summer Trash, denn ich muss ganz allgemein sagen, ich habe so hohe Erwartungen gehabt, ich habe echt gedacht, oh mein Gott, guck dir die Matchcard an, so viele Matches, so starke Paarungen, das ist für mich jetzt schon besser als Wrestlemania, das kann nur fett werden und so hohe Erwartungen wie ich hatte, wurde ich natürlich mega enttäuscht und konnte es nicht fassen, was die damit gemacht haben. Ich möchte jetzt kurz ein bisschen darüber reden, ich will nicht ganz so ausschweifend sein, aber trotzdem meine Gedanken dazu zum Summer Slam, wenn Wrestling Fans unter euch sind, die das auch geguckt haben, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Angefangen hat er das Ganze nämlich in der Kick-Off-Show, wo man Baron Corbin gesehen hat, der ja den Money in the Bank Koffer geklaut hatte von Big E und jetzt mit dem Koffer zum Ring kam, gegen Big E gekämpft hat, direkt verloren hat. Weiß ich nicht, was das großartig sollte, als ich gesehen habe, dass Baron Corbin den Koffer geklaut hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, stell dir mal vor, Baron Corbin kommt mit dem Koffer, John Cena gegen Roman Reigns, die geben sich richtig, sind beide total am Boden und plötzlich kommt Baron Corbin rein, ich löse einen, ich lege mich drauf, ich pinne den, dann muss zwischen Roman Reigns und John Cena kein klarer Sieger- oder Verlierer-Face stehen. Baron Corbin staubt ab und hat auf einmal alles wieder, dann hat das auch Sinn, dass er die ganzen letzten Tage so durch den Kakao gezogen wurde, die ganzen letzten Wochen, dass der ganz unten steht und plötzlich so ein Lucky Punch und kriegt wieder alles zurück. Hätte ich übelst gefeiert, ohne Spaß. Mir gefällt Baron Corbin, seitdem er dieses Loser-Gimmick hat, habe ich viel mehr Sympathie für den Typ als davor. Vorher war das so komplett langweilig, kann ich mir nicht geben, jetzt mit diesem Gimmick. Finde ich das interessant, wo das hingeht. Die können viel damit machen, aber ich glaube, sie machen einfach gar nichts und irgendwann ist das Gimmick wieder weg und es war eigentlich total sinnlos. Big E also gewonnen, Rest war egal und dann ging es los. Auch das erste Bild, was ihr hier seht, die Main Show. Das erste Match war natürlich RK-Bro gegen Omas und AJ Styles. Ich habe fest damit gerechnet, dass hier ein Titelwechsel erfolgt. RK-Bro gestärkt, wie sie jetzt sind, zurück, die Titel gewinnen. Ist auch passiert. Aber ich muss sagen, an sich war das Match für mich relativ kurz und unspektakulär. Ich habe damit mehr gerechnet. Ich meine, hier ist Randy Orton drin. Hier ist AJ Styles drin. Das müsste schon reichen. Aber Matt Riddle hat immer wieder gezeigt, wie krass er auch drauf ist. Der Einzige, der immer so ein bisschen plump ist, ist halt der Omas. Der ist halt nur groß und schreit rum, aber ansonsten hat er da nicht viel zu holen. Hat mir als Match an sich irgendwie nicht so gut gefallen. Fand ich relativ schwach. Dachte, ist halt nur Opener. Okay, meinetwegen. Ich habe auch gedacht, als es hieß, Oh mein Gott, der hat jetzt Naki O gegen Matt Riddle gemacht in der Sendung. Das war das Aus. Und für mich war irgendwie so, was heißt jetzt, das war aus? Ich glaube, der Matt Riddle, der wird das gar nicht so böse sehen. Und wird einfach sagen, oh Bro, ich glaube, du magst mich. Deswegen hast du das jetzt gemacht. Sie haben das dann gut verpackt, dass er ihm eine Lektion erteilen wollte. Wollte ihm zeigen, wie das richtig geht. Sie haben sich wieder zusammengeschweißt, sind jetzt hier zurück. Sind Tag Team Champions an sich. Die Sache richtig deliziös. Aber das Match an sich, meiner Meinung nach, nichts Besonderes. Ich habe mich mega darauf gefreut. Und dann war das schneller vorbei, bevor es jetzt richtig wirklich angefangen hat, was zu machen. Dann das zweite Match. Und ich habe echt gedacht, wer packt sowas hier rein? Dieses Match, Alexa Bliss gegen die Evolution, hätte man genauso gut einfach in die Kick-Off-Show packen können. Seitdem das mit Bray Wyatt war, mich nervt Alexa Bliss einfach nur noch. Dieses Gimmick nervt mich. Ich finde es komplett ausgelutscht. Ich verstehe überhaupt auch gar nicht, wie kann man denn diese Puppe da reinpacken, so tun, als da wäre so eine Bindung Alexa Bliss, die Puppe, alle müssen Angst haben, die Puppe ist so brutal, die ist so, oh mein Gott, wenn du da nicht aufpasst, die bringt dich um. Und dann im Endeffekt ist die Puppe komplett egal. Vor allem in diesem Match. Die Puppe war am Ring, Pfosten, Evolution, geht da hin, packt sich die Puppe, haut die Puppe, gibt der Ohrfeigen, du denkst, oh mein Gott, jetzt passiert was krasses. Weil die greift ja diese Puppe an, vor der alle Angst haben. Es passiert einfach nichts. Sie nimmt die Puppe und knallt sie Alexa Bliss in die Visage. Du denkst, oh mein Gott, jetzt passiert's. Es passiert nichts. Warum der Aufbau um diese blöde Puppe? Warum Alexa Bliss ist so brandgefährlich, wenn die sich da alles gefallen lässt, wenn nichts passiert, und wenn es komplett sinnlos war, dieses Match, es war dann auch direkt vorbei, hin und her. Doudrop hat hier die beste Figur gemacht. Ich feiere Doudrop immer noch, finde ich es so genial. Gebt ihr bitte den, äh, äh, Women's, äh, den Dieben, nee, Women's Championship-Gürtel. Doudrop feiere ich. Im Prinzip war das dann so aufgebaut, dass also Evolution und Doudrop sich jetzt, äh, entfremden und jetzt getrennte Wege gehen. Aber was wollt ihr denn damit Alexa Bliss? Ihr hättet irgendeine andere Gegnerin nehmen können, die das Match gewinnt. Es geht eh um nichts. Und Doudrop hätte sich von Evolution getrennt. Aber Alexa Bliss hier, mit der blöden Puppe ohne ne Bedeutung, dann nehmt das Gimmick von ihr weg, lasst die wieder normaler Mensch sein. Es hat doch so einfach gar keinen Sinn. Hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen, fand ich richtig doof. Hätte ich gerne drauf verzichten können. Dann gab es Sheamus. Sheamus gegen, ähm, ich hab damit gerechnet, dass Alexa Bliss gewinnt. Also bis jetzt lag ich zweimal richtig. Sheamus gegen unseren Indianer-Häuptling, ja. Hab ich gedacht, gut, Titel wird wahrscheinlich wechseln. Damien Priest wird in letzter Zeit so heftig gepusht. Der gewinnt ja alles. Der räumt ab. Der kommt immer mehr in den Vordergrund. Erinnert mich ein bisschen so an Shawn Michaels, wenn ich mir seine Klamotten angucke. Die Lack- und Lederhosen, die so glänzen, die so farbig sind dazu. Die Oberteile, diese Kutten, sonst was. Jetzt kam er da auch rein. Richtig coole Auftritt an sich. Äh, als Wrestler ist er natürlich vollkommen okay. Das Match zwischen Sheamus und Matt Riddle um den Gürtel, als Sheamus den Gürtel gewonnen hat, fand ich richtig krass, fand ich richtig spektakulär. Dieses Match hatte auch ein paar Highlights, aber irgendwie ist mir da auch nicht so richtig was hängen geblieben. Bei einem Tritt mit dem Knie gegen das Kinn hast du gedacht, oh, heftig. So ähnlich war das bei Matt Riddle, als er verloren hat. Damien Priest steckt das weg, pinnt ihn dann, nimmt den Gürtel mit, zack, fertig, Champion, neuer Champion, so. So richtig gefeiert wurde da aber irgendwie nicht. Mir kam die ganze Zeit während der Veranstaltung, dass sofort, als würde das Publikum, schlafen, oder es wäre dem Publikum eigentlich egal. Irgendwie die Reaktionen blieben weitestgehend aus. Auch hier ein Titelwechsel, aber an sich auch ein Match, was eher so standardmäßig vor sich hin geplätschert ist, meiner Meinung nach, habe ich jetzt auch, na gut, eigentlich habe ich gar nicht mehr erwartet bei dem Match, war es mir ehrlich gesagt egal, könnte man sagen. Aber trotzdem, weiß ich nicht, ich war bis jetzt hier unzufrieden. Dann habe ich gedacht, jetzt, der große Hoffnungsträger. Die Usos, geniales Tag Team. Die Mysterios, ja. Dominik macht sich immer besser, Rey Mysterio sowieso, einer der genialsten, seitdem er hier die komischen Haare auf dem Kopf hat, auf der Maske, finde ich das aber total komisch. Seitdem, weiß ich nicht. Früher fand ich sein Outfit besser, jetzt sieht das alles immer so merkwürdig aus. Trotzdem dachte ich, wird ein schönes Tag Team Match, die haben eh eine Fede die ganze Zeit, vielleicht gewinnen die ihre Gürtel wieder zurück. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich würde es denen so gönnen. Und dann war es halt vorbei. Und es war vorbei, aber irgendwie war es trotzdem ein, äh, klares Ende. Es ist jetzt nicht, dass da irgendwie großartig getrickst und rumgemacht wurde. Rey Mysterio selber hat sich dann total blöd angestellt, wie, Dominik, was machst du da? Und hin und her, was soll das? Keine Ahnung. Ah, und jetzt ist er rausgeflogen und jetzt liegt er da draußen rum und jetzt kriegt er zwei Dritte an den Kopf. Also, ich glaube, ich habe jetzt das Ende von SmackDown wahrscheinlich drin gehabt und nicht das von der Veranstaltung. Die Usos haben also gewonnen, haben den Gürtel verteidigt. Mir kam das Match hier aber auch irgendwie relativ kurz vor. Es ging nicht viel hin und her. Es war irgendwie fast eine eindeutige Linie. Es war ein bisschen spannender als die davor, aber auch hier ist mir nicht wirklich was hängen geblieben. Und ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein, dass das auch irgendwie schon vorbei ist. Kein Titelwechsel. Okay, die Usos weiter gestärkt. Sollen sie machen. Die sind ein gutes Tag Team. Kann man so mitnehmen. Dann ist aber die Bombe geplatzt. Denn den ganzen Abend habe ich darauf gewartet, B'Yanga Bel Air fand ich so heftig als Championess, wie die aufgebaut wurde, wie die gepusht wurde, wie die ihre Gegner reinweise einfach wegsnackt. B'Yanga Bel Air richtig heftig. Und dann kommt das Rückmatch gegen Sascha Banks. Und du denkst wirklich, alles klar. Dir wird nochmal schön dieses Filmchen gezeigt mit Sascha Banks, wie das passiert ist, die Rivalität, wie die zurückkam, wie die leiden musste. Du bist so gehypt auf dieses Match und denkst, die haben wir im Main Event von Wrestlemania schon so abgerissen. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Damenmatch mal so interessieren würde. Hat es aber. Dann kommt B'Yanga Bel Air rein. Und dann kommt schon die Ansage, dass Sascha Banks heute nicht antreten kann. Mir ist der Mundwinkel bis in die Unterhose gerutscht. Keine Ahnung. Ich fand das so, was? Das kann doch nicht sein. Ich meine, du weißt nicht, was ist. Klar. Kann verletzt sein, sonst was, irgendwas passieren, hin und her. Man muss immer Änderungen mit reinbringen. Man muss darauf reagieren, spontan. Man muss was umschreiben. Dann kam Carmella als Ersatzgegnerin und du denkst, echt jetzt? Sie hat es jetzt davor? Wurde die schon abgefertigt in der Smackdown-Sendung? Also was wird jetzt passieren? Carmella, naja, wurde dann kurz abgefertigt von Becky Lynch, weil Becky Lynch kam zurück und alle drehen durch und gefühlt 20 Stunden lang hast du Becky Lynch zum Ringen kommen sehen und hast sie feiern sehen, wie sie da hinkommt und sich übelst freut und abgeht und du denkst, ist okay, Becky Lynch. Schön, dass du da bist. Die Leute feiern dich, du packst die raus. Wie geht es jetzt weiter? Ist das nur deine Rückkehr? Gibt es überhaupt noch ein Match? Und Becky Lynch nimmt sich das Mikrofon und sagt extra, ja, komm, lass uns die Hütte abreißen und du denkst, krass, die wird ja auch mega gefeiert von vielen. Jetzt Bianca Belair unvorbereitet gegen Becky Lynch. Ihr habt uns nicht sitzen lassen. Ihr habt gut reagiert, habt das schön gelöst, dass wenn Sascha Banks ausfällt, ihr Becky Lynch jetzt reinpackt als Ersatz und wir auch da ein richtig krasses Match geliefert bekommen und was ist passiert? Die Ringglocke geht an, Becky Lynch nimmt, gibt ihr die Hand, zieht sie zu sich hin, gibt ihr einen Punch mit dem Ellenbogen, irgendwas, keine Ahnung, macht einen Move, pinnt sie 1, 2, 3, fertig, vorbei, Titelwechsel. Und ich hab gedacht, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Die kommt zurück, ist Publikumsliebling, wird gefeiert und dann macht sie so einen miesen Bitch-Move, ja, das ist ein Bitch-Move in dem Sinne, so eine Schweinerei, in dem Moment durfte man ihr den Titelgewinn doch gar nicht mehr gönnen. Alle hätten buhen müssen, hätten sie, wie bei Sascha Banks, Sascha Banks kam zurück, alle, ja, Sascha Banks, dann macht sie ihren dreckigen Move und alle, buh, Sascha Banks. So schnell entscheidet sich das Publikum um, da kommt Becky Lynch, Becky Lynch, yeah, oh, die ist übelst mies drauf, aber wir feiern dich trotzdem, weil es ist ja Becky Lynch und ich fand es so Mist, dass man Bianca Belair einfach so entsorgt hat, weggeworfen. Was hat die für eine gute Figur gemacht? Wie ist sie da dran geblieben? Was hat die da für Schlachten geschlagen? Und dann kommt Becky Lynch und es hat den Eindruck, gut, du durftest den Titel jetzt heilen, solange Becky Lynch nicht da war, jetzt ist die zurück, die Fans lieben Becky Lynch, wir brauchen dich gar nicht mehr, was haben sich die Schreiber gedacht? Ich weiß es nicht. Bianca Belair hat alle aus dem Weg geräumt und legt sich hier ganz klar und deutlich nach einem Move hin, muss sich hinlegen. Ihr habt Bianca Belair damit fast komplett zerstört. Das ist doch der größte Müll. Ich habe das nicht verstanden. Der Summerslam hat mich an der Stelle noch mehr enttäuscht. Ich habe es wieder nicht verstanden. Es war mir einfach zu viel, zu krass. Und dann wird das noch so ausgeschlachtet. Du siehst Becky Lynch wirklich dann nochmal 20 Stunden im Ring stehen mit dem Gürtel und sie wusste schon gar nicht mehr, wo sie hingucken soll. Vielleicht war es ja selbst auch unangenehm. Aber das Match war Schrott. Es war gar kein Match. Es war einfach nur total komplett bescheuert. Keine Ahnung. WWE. Ich hatte echt keine Lust mehr. Dann kam das Match Jinder Mahal gegen Drew McIntyre. Und den ganzen Abend habe ich so etwas Spaß gesagt, weil meine Mama war da, mein Onkel war da, meine Tante war da, Pupsi war da. Ich habe gesagt, okay, ich warte jetzt drauf, bis mal ein Hotdog-Match kommt. Was ist ein Hotdog-Match? Wir wollten eigentlich Hotdogs essen beim Wrestling nebenbei. Ich hatte keine mehr. Ich hatte Hunger. In der Küche waren Hotdogs. Die musste ich mir noch zurecht machen. Ich wollte auf das Hotdog-Match warten. Jetzt kam Drew McIntyre gegen Jinder Mahal. Es ging um nichts. Mir war das Match persönlich komplett egal. Ich habe gedacht, okay, das fängt jetzt an. Die gehen jetzt in den Ring. Die laufen zum Ring. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Das ist jetzt mein Hotdog-Match. Ich gehe in die Küche. Ich mache mir einen Hotdog. Ich mache mir zwei Hotdogs. Ich hatte Hunger. Ich komme zurück nach gefühlt fünf Minuten und ich höre Drew McIntyres Musik, aber nicht vom Einmarsch, sondern vom Ende. Weil er Jinder Mahal einfach abgefertigt hat und dann war das schon wieder vorbei. Und ich dachte, es kann doch nicht sein. Im Endeffekt denke ich, okay, die Veranstaltung hat so viele Matches, so viele Matchpaarungen. Alter, wie lange geht das? Oder wie wollen sie das alles unter einen Hut kriegen? Das ist ja unglaublich. Wenn jedes Match gefühlt, aber nur eine Minute geht, höchstens fünf Minuten, und es alles abgefrühstückt wird, alles nur zack, zack, zack. Wir müssen uns beeilen, zack, zack, zack. Da war bisher noch nichts, was wirklich spannend war, was wirklich atemberaubend war, spektakulär. Es wurde einfach nur alles schnell durchgezogen. Die Zuschauer hatten deswegen wahrscheinlich gar keine Zeit zu reagieren, weil immer alles schneller vorbei war, als es überhaupt angefangen hat. Keine Ahnung. Auch hier, mir war eigentlich egal, wer da gewinnt. Drew McIntyre hat gewonnen. Ich hätte eh gedacht, dass Drew McIntyre gewinnt. Ich habe das Match, wie gesagt, nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe nichts verpasst. Wenn ihr fandet, dass das das beste Match des Abends war, dann schreibt es bitte rein, dann muss ich mir das nachträglich nochmal angucken. Dann weiter ging es mit den drei Championessen. Da habt ihr die Nikki Ash, die seitdem sie ihr Kostüm hat, ich einfach nur noch unglaublich nervig finde. Wie sie dann immer guckt, wie ein kleines beleidigtes Kind und wie sie dann immer da rumhängt und einfach in ihre Wutanfälle kriegt. Kann ich nichts mit anfangen. Ist ja lustig, aber ich glaube, ist ja auch mal wieder gut. Rea Ripley kann ich auch nichts mit anfangen. Alle, die sie bei NXT verfolgt haben, finden die total toll. Sie kam dann hier an, die guckt einfach immer arrogant, überheblich, die muss den ganzen Tag ihre Visage halten. Ist okay, taugt mir aber nicht. Und dann kommen die an, wird gefeiert, kurze Zeit später ist im Tag Team mit den Top Heels, geht gegen die Guten vor, du denkst, was ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt gut? Ist sie jetzt böse? Macht sie jetzt sonst was? Dann wird sie mal wieder ausgebucht, dann wird sie mal wieder angefeuert. Ich habe keine Ahnung, was das bei dir überhaupt sein soll und ihr habt Charlotte Flair. Die meiner Meinung nach immer eine bessere Figur macht. Charlotte Flair ist für mich der weibliche Roman Reigns. Charlotte Flair als Heel ist einfach das Beste, was man sich geben kann. Charlotte Flair bringt gute Matches, ist technisch hervorragend, verkauft sich gut, hat auch so eine kleine selbstverliebte, arrogante, überhebliche Art, aber bei ihr nehme ich das ab und ich finde, das passt einfach komplett zu ihr. Das ist genial bei Charlotte Flair, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Die ist sich auch für nichts zu schade, die gibt da richtig Gas, die macht Moves, die macht spektakuläre Aktionen in ihren Matches, hat gepasst. Ich habe mir gewünscht, dass Charlotte Flair gewinnt. Charlotte Flair hat gewonnen, verdient, hat den Gürtel wieder, eine Titelregentschaft mehr auf ihrer Liste. Soll sie den Gürtel haben, finde ich okay. Was mit den anderen jetzt passiert, keine Ahnung, also dieses Gespann, das ist ja jetzt auch, verfolgt einen die ganze Zeit schon. Dann geht es weiter mit, also das Match war an, glaube ich, bis jetzt sogar das beste Match, ja, wenn wir es so nennen wollen. Das war bis jetzt das Beste, aber Tribbles Red Matches allgemein finde ich sowieso immer besser als Solo Matches, weil da eben mehr Dynamik drin ist, mehr Action, weil es da schneller auch hin und her geht, weil das spannender wird an sich. Dann hattet ihr Edge gegen Seth Rollins. Zwei super Wrestler. Ist wohl, freut sich immer, wenn er Edge sieht. Seth Rollins, einer auch meiner absoluten Lieblinge im Ring. Als er Heal war und den Gürtel gehalten hat, fand ich den auch absolut spitze. Ich habe es immer gern gesehen, wie er sich mit irgendwelchen dummen, hinterhältigen, schleimigen Aktionen aus dem Geschehen rausgezogen hat, die Kämpfe für sich entschieden hat, die Crowd noch mehr gegen sich aufgebracht hat. Das hat top zu ihm gepasst. Jetzt hat er kein Gürtel mehr und wird meiner Meinung nach auch leider etwas zu schwach dargestellt, weil er in letzter Zeit einfach viel zu oft sich hinlegen muss, alles verlieren muss, einfach nur noch andere overbringen muss. Also ich hätte mich wirklich gefreut, wenn Seth Rollins hier dieses Match gewinnt. Er hat verloren gegen Edge. Edge hat trotzdem hier eine richtig gute Figur gemacht. Finde ich auch okay. Er hat ein bisschen Nostalgie gehabt, so Edge da zu sehen, auch als er da mit diesem Brood-Intro reinkam. Die andere Musik, die Brille wieder auf den Kopf drauf, hin und her. Das war cool. Dann trotzdem gewechselt in die normale Musik rein, seine normale Einmarschmusik. Das hat auf jeden Fall gepasst. Match war okay, aber irgendwie habe ich von beiden doch ein bisschen mehr erwartet. Ich finde, Cesaro gegen Seth Rollins bei WrestleMania haben mich einfach mehr erreicht. das fand ich spannender, das fand ich als Match an sich stärker als das Match von Edge und Seth Rollins. Seth Rollins hat dann auch aufgegeben, war trotzdem ein Match an sich, war okay, aber hat mich auch noch nicht so richtig zufriedengestellt. Dann ging es wieder bergab, denn nachdem das eben in Ordnung war, kam Goldberg gegen Bobby Lashley. Und ich habe gedacht, was machen sie denn? Goldberg war einer meiner Lieblingswrestler die ganze Zeit in der WCW. Wie stark war der? Auch dann in der WWE. Was hat er alles auf seine Kappe genommen? Aber Goldberg ist halt nicht mehr der Jüngste und man merkt das auch, wie beim Undertaker, der nur noch ausgeschlachtet wurde. Goldberg nur noch ausgeschlachtet wird. Er steht nur noch da bei seinen Promos, schreit rum, es wirkt alles so anstrengend. Im Ring. Weiß ich nicht. Bobby Lashley einfach in der Topform seines Lebens. Wenn hier Goldberg den Titel gewonnen hätte, hätten wir nur noch Matches gesehen, wo ein Mann zwei Moves macht und dann war es das. Und das ist meiner Meinung nach, das hat früher in der WCW, wenn man mal guckt, WCW-Matches von Goldberg gingen wahrscheinlich immer nur eine Minute auch. In den WWE-Matches war das dann viel länger, viel spannender. Da musste er viel mehr leisten, gefühlt. Mich hat das Match in dem Sinne überrascht, dass es länger, es ging länger, als ich dachte. Ich dachte, das ist wieder so zwei, drei Moves und dann war es das. Aber das Match ging im Vergleich zu restlichen Goldberg-Matches in letzter Zeit relativ lang. Aber wurde dann einfach abgebrochen. Es wurde abgebrochen, weil Goldberg ja dann eine Knieverletzung hatte. Ich habe gedacht, Alter, ist jetzt wirklich was passiert? Hat er sich jetzt wirklich verletzt? Das ist ja richtig unglücklich jetzt gelaufen. Voll kacke, ne? Und dann habe ich realisiert, nein, er hat sich nicht verletzt. Das ist jetzt Teil der Storyline. Es wird abgebrochen, weil er ja angeblich verletzt ist und deswegen wird auch nachträglich mit dem Stuhl weiterhin auf das verletzte Knie dann geschlagen. Aber da wird halt nicht drauf gerumst wie ein Irrer. Da wird richtig zärtlich der Stuhl immer mal auf das Knie gehauen, wo du dachtest, hm, was ist das für eine Schmieren-Komödie gerade, was sich da abspielt. Natürlich musste dann auch der Sohn von Goldberg reinkommen, hat auch noch sein Fett abbekommen. Goldberg halbtot wie er war, kriecht zu seinem Sohn, guckt zu Bobby Lashley, I'm gonna kill you! Und du hast wirklich gedacht, nein, jetzt setz das bitte nicht fort. Ich fand das schon schlimm, dass man Goldbergs Sohn da in die Storylines mit einbinden muss. Bei South Park ist das immer so schön, bei South Park haben sie mal das WWE-Wrestling durch den Kakao gezogen. Da stehen nicht die Kämpfe im Mittelpunkt. Da geht es um die Storylines. Storylines sind an sich wichtig, aber wenn die Kämpfe einfach komplett gar nicht mehr entstehen und du nur noch von irgendwelchen Theaterstücken so überhäuft wirst, dass von Klischees befüllt ist bis zum Gehtnichtmehr, dann denkst du dir auch, wo bin ich hier gelandet? Goldberg, der arme, alte, schwache, kranke Mann, der sich so stark verletzt hat und dann noch von dem anderen nachträglich zu Unrecht niedergeknüppelt wird und alle Mitleid haben, der Sohn muss rettend in die Bresche springen, kriegt selber Saures und voller Hass der Vater sich für den Sohn einsetzt und sagt, ich werde dich umbringen, so richtig emotional den Zuschauern, wir sind alle geschockt, oh mein Gott, er hat jetzt nicht den Sohn gehauen, oh mein Gott, er schlägt nicht mit dem Stuhl nochmal da drauf, das war mir einfach alles zu viel, keine Ahnung, wer geguckt hat, was hat Goldberg damals alles mitgemacht, wie wurde der hingestellt und jetzt wird er hier auch sein legendärer Status immer mehr runtergeschraubt, der ist jetzt nur noch das Opfer, was Bobby Lashley zum Fraß vorgeworfen wird, finde ich schade, nehmen da doch andere Gegner, aber macht nicht Goldberg kaputt und ihr macht Goldberg gerade kaputt, gefühlt. Match war nix, Match war Mist, da ist nicht viel passiert, dann ist das abgebrochen, ich habe gedacht, ich fasse es nicht, was für eine Frechheit. ich hoffe wirklich, dass das nicht so geplant war, aber man hat dann gemerkt, das muss ja so geplant gewesen sein und das habe ich wirklich einfach gar nicht verstanden. Dann kam der einzigste Lichtpunkt an diesem Abend, dass der Main Event, das Hauptmatch, Roman Reigns gegen John Cena und das war für mich das Spektakulärste, denn John Cena, der wurde auch, du hast ihn nicht einmal im Ring gesehen die letzte Zeit, der hat halt nur seine Promos abgehalten, hat aber so stark auf den Tisch gekloppt, kam schon rein mit seinem T-Shirt, wo die ganzen Titel hinten drauf waren und alle so dann eins, zwei, drei, fertig. Roman Reigns packt noch die Karten aus und sagt davor ja auch noch, ja, wenn ich gegen dich verliere, dann werde ich die WWE verlassen. Und du hängst wirklich da und denkst, warum bringen sie das jetzt mit rein? Ist wirklich irgendwas passiert? Muss Roman Reigns die WWE vielleicht sogar verlassen oder ist er gefeuert worden? und muss den Gürtel jetzt abgeben und deswegen bringen sie diese Klausel noch, dass dann gerechtfertigt ist, dass Roman Reigns nicht mehr bei WWE ist und deswegen ist das ein Abschiedsmatch und deswegen muss er den Gürtel verlieren, deswegen drehen die das so hin, das hat mich komplett wirre gemacht und dann hat das Match angefangen, es hat sich erst ein bisschen gezogen, aber es wurde dann immer spannender, da wurden Moves ausgetauscht, dann hat der Roman Reigns ein AA durch das Kommentatorenpult eingesteckt, er hat ein AA vom Ringseil auf John Sinas Schultern runter in den Ring abbekommen, sonst was, er kam wieder raus, er hat sich wieder rausgewühlt, er hat einen Superman Punch mit seinem goldenen Handschuh an John Sinas verteilt, er hat den Spear versucht, er ist in die Ringpfosten rein, er wurde gewürgt, er wurde gedrückt, er wurde gezerrt, er wurde gemacht, es ging hin und her, diesmal habe ich die Fans gespürt, ich habe die Fans gemerkt, die Stimmung war da, die Lautstärke war da, alles sind ausgerastet, es war unglaublich spannend, Pupsi hat meine Hand gehalten und zugedrückt und dachte, nein, zum Glück, er ist rausgekommen und ich habe gedacht, ey, ich weiß zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, wer als Gewinner hervorgeht, was die WWE vorhat, wie das weitergehen soll und das fand ich toll, einfach, dass das spannend war, dass das dich unterhalten hat, dass das wirklich, es hat den Abend nicht gerettet in dem Sinne, aber es hat dich einfach da gelassen und ich finde es unglaublich stark, denn John Sinas hat im Endeffekt verloren, Roman Reigns hat gewonnen, ohne dass jemand eingegriffen hat, ohne dass er irgendwelche unerlaubten Hilfsmittel benutzt hat, Roman Reigns hat es wieder mal geschafft, auf eigene Faust einfach Stärke zu zeigen und einen Gegner ganz klar zu besiegen, was ich unglaublich krass finde, denn Roman Reigns noch weiter zu pushen, der ist ja schon bis oben, durch diesen Gewinn, wie hoch will er noch und wer soll dann noch kommen, denkt man sich, alle die immer gesagt haben, Roman Reigns ist unverdient Champion, immer sind die Usos da, immer greifen die Usos ein, gegen die Usos verhelfen dem zu jedem Sieg, die Usos, die machen schon länger ihr eigenes Ding, die ganzen großen Schlachten, die Roman Reigns hatte, in letzter Zeit, hat er alleine bestritten, gewonnen und ich finde Roman Reigns als Ziel einfach top, der muss den Gürtel behalten, am liebsten für immer, aber wer soll noch gegen ihn antreten, wen kann man dann noch ernst nehmen, jetzt kommt der große, starke John Sinas und wird auch ganz klar und deutlich clean besiegt und dann denkst du, du hast schon alles gesehen, kommt plötzlich die Musik von Brock Lesnar und Roman Reigns hat damals vor fast einem Jahr den Gürtel von Brock Lesnar gewonnen, als er ihn besiegt hat und jetzt kommt ausgerechnet Brock Lesnar zurück und will sich seinen Gürtel wiederholen und das ist so unglaublich krass, dass nach John Sinas im Brocken Brock Lesnar der Brocke kommt, Brock Lesnar, Roman Reigns, wo Paul Heyman immer an Brock Lesnars Seite gestanden hat und den zum Top Heal gemacht hat und seitdem aber Paul Heyman an Roman Reigns Seite steht, den zum Top Heal macht, Brock Lesnar vielleicht jetzt als Face zurückkommt, auch mit einem ganz anderen Look, er hat ja hier ein Härchen gehabt, ein Zöpfchen, sah aus wie ein Wikinger, ich weiß nicht, wie er aussah, wie irgendwas, er hat ein Bärtchen gehabt, oh mein Gott und ich habe wieder mal gesehen, Roman Reigns Matches sind einfach die besten, sind die spannendsten, die Story rund um Roman Reigns, die Gegner bei Roman Reigns, die Matches, es ist einfach das, was mich gerade überhaupt noch dabei hält, Raw und SmackDown zu gucken, klar, Bobby Lashley finde ich interessant, er konnte jetzt nichts für den Gegner und das komische Match, Roman Reigns bleibt aber weiterhin stark, macht sein Ding weiter, SmackDown ist immer noch, meiner Meinung nach jetzt unterhaltsamer und krasser als Raw, obwohl du bei Raw natürlich AK Bro hast, trotzdem, Roman Reigns ist für mich momentan so die Top 1, wenn ich was sehen will, will ich Roman Reigns sehen, der ist Anfang der Sendung Thema, mitten in der Sendung Thema, am Ende ist der Thema, Roman Reigns ohne Gürtel, was würde noch bleiben momentan, das ist aber nur meine Meinung, eure Meinung könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Wrestling Fan seid, ansonsten war es das von meiner Seite aus, ist ein bisschen lang geworden, ein bisschen ein Otto, ich werde versuchen, jetzt trotzdem immer jedes Mal, wenn eine Großveranstaltung ist, so ein Review zu machen, ein bisschen ausführlich und, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.